Hallo und herzlich willkommen YouTube. Mein Name ist Captain Kyo und ich zeige euch heute mal wieder After Fall Insanity. Dieses Mal nicht im normalen Bildschirm, sondern direkt im Spiel drin, weil das Spiel hat leider nicht gespeichert. Deswegen sind wir hier. Ich würde sagen, wir starten dann auch gleich los und werden diese Tür öffnen. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was jetzt noch so schönes kommt. Gut, ganz schön düster hier. Okay, mal gucken, was wir hier schönes finden. Haben wir hier etwas? Nein, absolut gar nicht. Komisches Geräusch. Okay, hier ein Zaun, kann man den kaputt machen? Drücke V. Okay. Und wollen wir mal gucken. Was haben wir hier? Oh, was liegt denn da schönes? 380er Munition. Sehr schön. Nehmen wir mit. Haben wir eventuell auch eine schöne Waffe hier? Ne, leider nicht. Das war ja klar. Oh mein Gott, was war das? Oh mein Gott. Kann die? Okay, scheint nicht zu kommen. Gut. Okay, dann machen wir weiter. Was haben wir hier? Nichts. Nichts. Hier auch nichts. Okay, ich würde sagen, wir machen erst die andere Tür auf und danach die. Tut das weh, wenn ich jetzt da durchlaufe? Nö. Okay. Gut. Kein Strom. Okay, schade. Dann wollen wir mal gucken, was hinter Tür Nummer 2 ist. Okay. Was haben wir hier? Ach, ein Fahrstuhl, oder was? Schön. Oh, das gefällt mir nicht. Welchen haben wir denn da? Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Hallo. Daneben. Eins und zwei. Und das war's auch schon. Drei Errungenschaften. Schön. Oh mein Gott. Ich hab den Kopf abgehakt. Schön. Was haben wir hier? Ein Rohr, ne. Und ne Leiche. War ich das gerade eben? Ne. Ich glaub nicht. Das sieht gut aus. So. Hier in den Raum darf ich mich wahrscheinlich wieder nicht bewegen. Nö. Jetzt ein Scan, bitte. Und weiter geht's. Hm. Was haben wir denn hier Schönes? Kontrollpunkt. Schön. Okay. Sieht mir eher aus wie ein Bekommenskopf. Wenn jemand mich hören kann, kann ich mich hören. Die Kontamination ist gespreden. Bitte, bleib in den gefehlten Bereichen oder gebrauchte deine Maske. Waffe, schön. Das Virus muss nicht ins Respiratungssystem kommen. Es schafft riesige Gehirnzellvermögen. Die Begründer, wir können ihnen nicht helfen, ohne Zugang zu den Laboratoren. Es ist wichtig, die Ventilationssysteme zu reparieren, bevor die Kontamination zu anderen Leveln verbreitet. Was? Okay, Bild ist weg. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen blöd, dass man, ähm, nicht die Waffe und die Axt tragen kann. Beziehungsweise nicht aussuchen kann, was man tragen möchte. Finde und rette den Professor. Gut, haben wir hier eventuell noch irgendwas rumliegen? Ich versuche das jetzt nochmal auf den zweiten Slot gleich zu legen. Gucken, ob das klappt. Gut, wenn ich die Waffe ausbilde, lässt er die Axt fahren. Das finde ich echt blöd. Aber gut, ist halt nun mal so. So, oh. Mal gucken, was sagt mir der Raum? Ich muss da lang. Okay, gut, dann wollen wir auch mal gleich weiterlaufen. Was haben wir denn hier, das schön ist? Ach komm, nimm mehr mit. Lässt sich auch schön schnell schlagen, würde ich sagen. Autsch. Jetzt haben wir einen Stromschlag gekriegt, oder was? Benutze das Empfangsterminal, um die Tür zu öffnen. Okay, dann wieder zurück. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Oh, Notiz. Kurz, Notiz 1. Ihr dürft mal wieder selber lesen. Ich lese das nicht. Das sollte auch genügen. Was haben wir hier? Abgeschlossen. Gut, dann dürfte es dieser Computer sein. Oh Gott, ist das riesig groß. Ach, komm schon. Na los. Boah. Nochmal. Nochmal. Komm schon. Jetzt aber... Oh, Mann. Na, endlich. Okay, was war das? Ein Augenblick. Wo bist du? Oh, jetzt lasse ich das Ding auch noch fallen. Scheiße. Den haben wir schon... Oh Gott, hinter mir. Oh mein Gott. Ja, jetzt beruhig dich doch mal. Meine Güte. So, 2. Das war's. Okay, das war's. Komm mal hier. Komm, nimm dich mit. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, wohnen wir mal gucken, was uns hier gleich erwartet. Tür geht hinter uns zu. 3 Stange. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ich muss ein bisschen spitzer Krimi kaputt. Ne, ne? Nein. was haben wir hier unten schick schick gefällt mir was haben wir hier was ist das hier da ist er schon ja das war daneben mein freund jetzt aber noch einmal komm schon ja beruhig dich heilige scheiße komm doch mal runter wie aggressiv bist du denn aber eine errungenschaft und die nehmen wir mit die nehmen wir mit so gucken was haben wir hier was scheiße hinter mir junge 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 macht auch nicht so eine scheiße hier schock schwere not den schnellen tod ja das ist ja mal geil konntest du schön beobachten wie er dich von hinten angreift so wo ist die kamera ach da oben okay so das war mal geil das hat mir gefallen ich habe hier irgendwas machen schade ja da drinnen darf ich mich mal wieder nicht bewegen so wie es aussieht dann scan mal maschine das hätten sie ruhig mal ein bisschen kürzer das hätten sie ruhig mal ein bisschen kürzer machen und noch mal das war's und du kriegst auch mal ein freund ja komm her siehste kriegst du gleich noch mal einen tritt hinterher und noch einen und jetzt kriegst du zack das war's und noch eine errungenschaft gefällt mir bitte nicht wundern aber wenn es lauter wird ist das eigentlich immer so ein anzeichen da kommt noch was aber ja das war einfach nur irre so was verbirgt sich denn hinter tür noch mal eins mäuschen mäuschen mach mal piee okay da ist nichts aber ein hammer elektro hammer komm her dich nehmen wir mit und was verbirgt sich hinter der tür mal zu ja okay nichts gut dann gehen wir weiter gehen wir weiter kein strom und ich glaube dass es wird dieses spiel extra so gut weil ich kann es nicht leise schicken ich hoffe du bist nicht in der dunkle ich bin mir gar nichts komm schon brett hier komm wo bist du da bist du da schnauzle das war schon und jetzt schnell weg hier soo hektische musik das bedeutet da kommt gleich was und da sind sie auch schon hallo guck guck hier bin ich ja das war daneben eins oh beruhig dich jetzt hammer und nochmal ja gib Kopfschmerzen mein Freund oh mein Gott bleib locker ey bleib locker ganz ruhig ganz ruhig oh mein Gott ich bin gleich tot beruhig dich doch mal beruhig dich doch mal der hammer ist scheiße der macht kaum Schaden oh ja das ist gut danke fürs Luft holen und jetzt lass mich auch mal jetzt aber oh mein Gott komm schon komm schon Okay wir bleiben noch zwei scheiße Komm schon komm schon komm schon kommdschon 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 okay wie mach ich jetzt den Special Move so nicht scheiße Okay, 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 okay Jetzt, kommt schon Kommt schon Ah, hab ich sie? Ich hab sie, oh mein Gott Okay, die Musik ist immer noch nicht ruhig Warte mal, da vorne hab ich die Axt, ne? Oder? Ja, da vorne hab ich die Axt, die nehm ich jetzt erstmal wieder Oh mein Gott Junge, du kannst doch so eine Scheiße nicht mit mir machen Kommt schon Hör auf damit Zack, und weg Ah, jetzt aber So Und nochmal Errungenschaft, sehr schön Oh mein Gott Das war jetzt gerade schon wieder ein bisschen stressig Von wo? Mir egal, ich geh weg Ich hab keinen Bock mehr Lass mir die Ruhe So, was haben wir hier? Geschlossen, können wir's hacken? Geschlossen, okay Kein Strom, ja super Okay, was verbirgt sich denn hinter dieser Tür? Ach, ich hör dich doch schon Okay Komm her Komm her Komm her Jetzt stirb doch endlich Oh, das gefällt mir, ha? Dir auch? Das siehste, das hast du da vorne So So Nochmal zwei Errungenschaften Okay, wo kam das jetzt her? Hallo? 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 Von da unten? Oh, ich geh erst den anderen mit Der sieht mal einfacher aus Okay Was haben wir hier? Was ist das? Spitzhacke Nee, ich behalte meine Axt Die macht am meisten Schaden, würde ich jetzt mal sagen Gut Und wir wollen nochmal nach rechts Und Oh mein Gott Okay Ich glaube, ich mach mal kurz hier oben Erstmal die Lage checken Was haben wir hier Schönes? Okay Ich höre ihn zwar sehen, aber nicht Dann wollen wir mal Ach, da kommt er doch schon Zwei Oh mein Gott Jetzt aber Eins Oho One Hit Sehr schön Aus zwei Mach eins So, wie mach ich jetzt hier den Special Zack Und weg ist er Schön Schön Gut Dann machen wir das mal ein Was ist das? Gut Darf ich noch nicht Ach ja, hier mach ich ja wieder das Licht aus Ich hoffe, das Wasser abnötet, das dürften wir hinkriegen So und jetzt Oh Oh, verdrückt Okay D W D S A S Das war's Das war's Okay Einen Augenblick Wo ist meine Axt hin? Hallo? Ich hatte doch gerade noch eine Axt Ja, was ist das denn jetzt? Jetzt ist meine Axt weg, oder was? Das finde ich gar nicht gut Ja, toll Mal Axt ist weg Oh Mann, ey Dann nehmen wir halt das Ding mit Ja, das finde ich jetzt echt nicht toll Ohne Scheiß Naja, man kann ja nicht alles haben Sesam öffne dich Und ein Fahrstuhl, will ich sagen Also das Spiel scheint mir ziemlich einfach gestrickt zu sein Aber mit ein paar Fehlern Gut Was haben wir denn hier? Oh, wer hat hier das Licht ausgemacht? Ach, da wird Oh, Gott Oh, mein Gott Komm schon So Den habe ich aber doch gerade nicht erwischt, oder? Ach, der hört einfach das Licht aus Ich glaube es auch Oh Mann So was um morgens um eins mit mir zu tun Das ist nicht lustig Das finde ich echt nicht lustig Oh Mann So Puls wieder runterkommen lassen Und weiter geht's Also ganz ehrlich Leute, das Scannen, das hätten sie ruhig etwas kürzer machen können So, dann lasst mich mal kurz gucken 20 Minuten schon eine Aufnahme Ich würde doch lieber sagen, wir machen jetzt hier einen Break Denn dadurch kann ich jetzt noch schnell eine Kleinigkeit was futtern Und ihr hattet jetzt erstmal euren Spaß Und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat Ich würde sagen, wir hören und sehen uns das nächste Mal Ich bin euer Captain Kiyo Und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Vielen Dank.